hallo und herzlich willkommen zu der vierten folge mittlerweile von pc tycoon und macht es immer noch dabei und und dann machen wir jetzt mal hier was was nicht hier neu vieles kannst du wieder neue sachen kaufen größer speicher so gold stahl ja gut 20 stockwerk kann man sich hier kaufen und dann mit dem geld das musst du in diesem automaten ich habe jetzt ein bisschen gold komm mal komm mal zu deinem haus noch mal du musst du zeig es dir mal du musst als am anfang musst du halt jetzt ähm komm weg du musst am anfang jetzt hier hingehen und dann dein geld zu cash umwandeln so komm das ist mein erstes teil weiß ich ok go das kann ich kaufen so und das hier Nein, jetzt habe ich viermal eine Grafikkarte gekauft! Wie viel? Scheiße! Jetzt habe ich keine... Oh, krieg ich... Ja, normal, man kauft außerdem viermal eine... Ich habe mir dreimal eine fucking Grafikkarte gekauft. Wow, man kann nur Gold, äh, verbinden? Nee, man kann alles verbinden. Alles. Bei dem WC? Ich habe fast wieder vier von allem gekauft. So, dann einfach nach Hause. Ich baue jetzt mein erstes voll Gold. Okay, welche Farbe wird das? Äh, ich nehme... War zu hoch. Der Ram war zweimal... Okay, let's go! Der Ram sieht geil aus. Sieht aus wie mein jetziger. Okay, Moment mal. Wo ich einen Rechner hier runter machen und den verkaufen. Ja, wait, get 가는 Zeit. Ja, sorry, git, 네. Ich habe schon mal eine Aufmerksamkeit. Und die Frage Nova ist das riesont. Wenn nur diesen Wort Und das ist ja auch einfach. Unwertten. Check crazy. Cinderella vest Welt und zum Vorschlägen, 富 technically das direkt von patriot predators.. guy in die Schade finden. Ich bin derállart. uga meitere. dann bekomme ich jetzt auch noch Gold und Geld so ich habe jetzt meinen ersten Full Gold Piki komm schon mal gucken ja gerade nicht, gerade bin ich hier drin, was habe ich jetzt das kaufe ich mir einmal das auch naja 30 Gold so dann upgrade ich den wo ich den von oh Gott den muss ich runter so jetzt habe ich mir wieder ein paar Sachen gekauft ok mache ich mich jetzt an den nächsten Gold Piki an ich würde dir auch empfehlen erstmal das erste Full zu kaufen weil wenn du dann schon beim zweiten bist dann klingt das nicht mehr so krass viel was kann ich jetzt noch reinpacken der Ultra ein was braucht er hier noch was ist ich erst mal gucken was ich noch mal neu brauche das heißt ich muss den erst mal wieder unternehmen ja toll ich muss erst mal alles remove damit ich einen überblick habe was ich ich habe ein mauer ja das habe ich ultra 1 ist auch 3 1 habe ich memory habe ich noch nicht verkaufen doch und man ich habe jetzt einfach was in chat das möchte ich mir noch kaufen dann ist mein erster pt fertig ja nicht komplett alles ich habe ja alles nur einmal gekauft ich habe schon zwei komplette ich habe jetzt 5 grad gold und ich gehe auch schon zum zweiten cpu muss ich einmal so nehmen als gleich 100 cpu karte was teuer ist ich brauche 30 nicht die habe ich jetzt schon sowas was kann ich noch mal doppelt kaufen den gramm und die speichern wie bitte den gramm und den gramm kann man vier mal ja den gramm kannst du vier mal die speicher zweimal was wir in 20 gold haben dann kannst du vier mal einbauen ich mache mal auf drei so 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 ram kann ich vier mal und im memory nee quatsch und was nochmal du kannst du kannst ramm vier mal speicher zweimal und lüfter ja und lüfter vier mal lüfter vier mal sogar nicht blau alles klar aber ich mir dich mal auf so dann geht es sogar vier mal habe ich es nicht gesagt habe ich zwei mal gesagt doch ham geht vier stimmt ja gut dann brauche ich noch einmal ram ja jetzt habe ich vier mal ram egal mehrere bts ausmachen ja jetzt muss ich den blauen pc runter kaufen ja es sieht aber so aus als ob man dann habe ich den komplett fertig nur ich habe vergessen den zulag lag ich habe ich bald sogar vier pittes in gold Ist der eine Lüfter blau ja mal. Mal gucken ob das der dann. Ah man sollte die PCs immer noch lackieren. 286 gold ist der wert. Ah ja. Soja habe ich 9 Millionen schon wieder her. Ja. Alles nochmal kaufen. Das kann ich einmal. CBO kann ich einmal. Ramp kann ich dreimal. Wie kann ich. Einmal eine G-Forge. Und dann noch 4 Dinge. Ich muss jetzt auf eine NTX 3080 warten. Und hier dann. Einmal den. Vulcano R. Das hat einen simplen Schlag. Einmal die Hau zu machen. Ich weiß nicht. Aber er ist da gut ein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist da gut. Die Hau. Ich weiß nicht. So, wie viele Gold-PCs hast du schon? Einen grad. Einen kompletten, oder? Ja, fast zwei. Okay, krass. Memory kann man zweimal reinpacken, das heißt, ich brauche Memory. Nee, Quatsch. So, ich kann mir die Grafikkarte lassen. Okay, wie kann man die... 450, okay. Was kann man jetzt alles nochmal top? Ich vergiss das. Moment mal, RAM. Ja, viermal RAM, zweimal Memo, also Speicher und viermal... Ja, dann hat Memory bei mir gefehlt. Moment mal. Oh, hier. Hier. Hier sieht nicht so gut aus. Machen wir mal alles hier so rot. Oh, perfect. Oh, yes. Oh, perfect. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich hab jetzt schon ein Full-PC von dem zweiten Gold. Okay. Kommst du mal gucken? Ja, komm ich mal gleich mal gucken. Ich geh aber nur noch hier rein. Sag mal, wie viel der, wie viel Gold der zweite bringt. Weiß ich nicht. Vier kauen, also soviel ist der Wert. Was? Du bist gar abgehackt. Ah, okay. Ja. Warte mal auf 375. Warte mal auf 375. Warte mal alles andere, was nicht aus Gold besteht, verkauft. Oh, okay. Warte mal. Ich mach jetzt direkt 275. So. RAM geht viermal rein so 360 Gold warten sollte aber eigentlich schnell gehen perfekt die cpu also mein cpu ist null prozent ausgelastet bei der aufnahme mehr ausgelastet bei der aufnahme so memory geht zweimal rein oder ja ja alles klar ich 204 werden die karte einmal lüfter viermal und das andere auch einmal ist klar habe ich level 2 hat schon ich hab jetzt zwei level 2 hat es kommt der dritte der ist teuer ja am teuersten sind immer die grafikkarten nämlich für 450 gold muss ich jetzt warten die mtx 30 80 habe ich mir schon ein paar mal wir kommen mit geld haben auch dann die 450 am ende muss ich dann auch 225 warten alles klar wo ich auch 120 gold warten 240 gold ja ich hab 14.000 gold 100 100 da habe ich es jetzt da muss noch 100 225 warten 2,7 Millionen was bringt das eigentlich oben mit Keyboard, Monitor und so weiter das kannst du an Später machen da kannst du noch so also mehr Sachen platzieren das ist ganz geil hat also nichts Einfluss ist einfach nur Deko ne, bekommst du auch noch Geld so kann man ja jetzt schon kaufen für 200 aber bringt ja halt noch nichts das stimmt auch quer ist einfach nur also man sagt es es sie nicht es 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 haben wir auch schon den zweiten PC weiß ich war gerade auf 7,5 also 7,500 so wie viel ich jetzt verdiene mit dem dritten Goldbetrieb verabschiede ich mich auch für die Folge und möchtest du was sagen Magd? Nö, eigentlich nicht lass ein Like da und ein Abo und Schau und Schau